Die neue Warmwasser-Wärmepumpe DHW301P mit 270 L-Speichervolumen von Dimplex ist eine effiziente und sparsame Lösung für die Warmwasserbereitung. Sie nutzt die Wärme aus der Umgebungsluft, um Warmwasser zu erzeugen. Die DHW301P ist mit einem Speichervolumen von 270 Litern erhältlich und kann bis zu 60 Grad Celsius Warmwasser erzeugen. Die DHW301P ist ideal für Einfamilienhäuser und Wohnungen geeignet. Sie kann auch in Kombination mit einer Photovoltaikanlage verwendet werden, um die selbst erzeugte Solarenergie zur Warmwasserbereitung zu nutzen. Die Vorteile der Warmwasser-Wärmepumpe DHW301P sind Effizient und sparsam Die DHW301P nutzt die kostenlose Wärme aus der Umgebungsluft, um Warmwasser zu erzeugen. Sie ist daher deutlich effizienter als herkömmliche Warmwasserspeicher, die mit Strom oder Gas betrieben werden. Umweltfreundlich Die DHW301P arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel Propan R290. Propan hat ein sehr geringes Treibhauspotenzial und ist daher umweltfreundlich. Warmwasser-Wärmepumpen haben folgende technische Daten. Die Energieeffizienzklasse ist A+. Die Energieeffizienzklasse von A und ist sehr gut. Die Pumpen sind daher sehr sparsam und verbrauchen nur wenig Energie. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Die Pumpen erreichen eine Warmwassertemperatur bis zu 60 Grad Celsius mit der Option zur thermischen Desinfektion bis 65 Grad Celsius durch einen elektrischen Zusatzheizstab. Die Pumpen können Warmwasser mit einer Temperatur von bis zu 60 Grad Celsius erzeugen. Das ist ausreichend für die meisten Anwendungen. Bei Bedarf kann die Temperatur durch den eingebauten Zusatzheizstab auf 65 Grad Celsius erhöht werden. Das ist wichtig für die thermische Desinfektion, die zur Bekämpfung von Legionellen dient. Der COP nach die Norm beträgt 3,51. Der COP, der Coefficient of Performance, ist ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Er gibt an, wie viel Wärme die Pumpe für eine Einheit eingesetzter elektrischer Energie erzeugt. Ein COP von 3,51 bedeutet, dass die Pumpe für jede eingesetzte Kilowattstunde Strom 3,51 Kilowattstunden Wärme erzeugt. Das ist ein sehr guter Wert. Der Schalldruckpegel in einem Meter Entfernung ist leise 40 Dezibel. Der Schalldruckpegel von 40 Dezibel ist sehr leise. Die Pumpen sind daher kaum zu hören. Das ist vor allem in Wohnräumen wichtig. Die DHW 301P ist eine gute Wahl für alle, die auf der Suche nach einer effizienten, sparsamen und umweltfreundlichen Lösung für die Warmwasserbereitung sind. Die Modelle der Baureihe finden Sie im Onlineshop www.meinhausshop.de. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Effizienz unserer Warmwasserwärmepunkten. Sie bieten eine nachhaltige und sparsame Lösung für Ihre Warmwasserbedürfnisse.